Ja, vielen Dank. Mein Name ist Michael John. Ich leite eine kleine Gruppe am Fraunhofer Fokus, die sich seit zehn Jahren mit Telemedizinprojekten beschäftigt. Und ja, in diesem Rahmen haben wir auch die ein oder anderen Gespräche mit Datenschützern durchgeführt. Und ja, ich erzähle Ihnen heute eben aus den Erfahrungen der Projekte, wie wir diese Projekte, sage ich mal, sicher gemacht haben, welche Anforderungen es an den Datenschutz gibt und wie wir die eben in einem Sicherheitskonzept umsetzen. Das ist die Agenda. Ich erzähle Ihnen kurz eben, wie wir Telemedizin verstehen, was die rechtlichen Rahmenbedingungen sind, die wir berücksichtigen müssen, wie wir diesen Sicherheitsprozess in den Projekten umsetzen und dann eben ganz konkret einige Beispiele, wie wir in den Projekten eben diese Sicherheitsarchitekturen eingezogen haben und auch eine kleine Erfahrung, die wir dort gemacht haben, präsentiere ich Ihnen zum Abschluss. Zuerst einmal, was heißt Sicherheit? Also ich würde diesen Begriff gerne etwas umfassender verstehen, denn es gibt für Unternehmen auch die Sicherheit im Entwicklungsprozess und natürlich die Sicherheit im Betrieb. Und gerade im Medizinproduktgesetz ist es eben wichtig für Unternehmen zu wissen, am Anfang am Entwicklungsprozess, ja, wie mache ich das Produkt sicher, dass es dann eben auch sicher im Betrieb funktioniert. Man sieht eben hier, wie ein Produkt entsteht. Das geht von der Idee im Medizinproduktgesetz dann eben bis zur Zulassung und innerhalb des Entwicklungsprozesses vom Konzept bis zur Verifizierung hat man eben immer wieder diese Schleifen, die überprüfen, ja, ist das Produkt so den Anforderungen entsprechend und entspricht es eben auch den Sicherheitsanforderungen. Also ja, ist es im Entwicklungsprozess zum Schluss kosteneffizient, kosteneffizient, standardkonform, funktionssicher und eben dann im Betrieb ausfallsicher, einbruchssicher oder auch revisionssicher, was im Medizinsektor auch eine wichtige Anforderung ist. Telemedizin für Sie nochmal kurz eingeführt, also setzt sich aus drei großen Bereichen zusammen. Einmal natürlich die Systeme, die wir im Gesundheitswesen betreiben. Häufig werden dort, das haben wir eben schon bei Professor Berla gesehen, eben Medizingeräte, Sensoren mit integriert, die dann mit IONK-Technologie über Telekommunikationsinfrastrukturen angebunden sind und wie das so dann im Detail aussieht, ist eben hier der Nutzer im Fokus zu sehen, der Sensordaten eben bei sich produziert über eben Hardware-Sensoren, Medizingeräte. Diese bilden die Datenbasis. Auf dieser Datenbasis findet dann häufig eine Datenanalyse statt, eine Situationserkennung und diese Situationserkennung wird dann als Feedback an den Nutzer, also an den Patienten, aber auch natürlich an Ärzte und Therapeuten zurückgegeben. Das also ist jetzt eine Beispielarchitektur für ein Telemedizinsystem, vielleicht hier oben angefangen beim Patientenprogramm. Häufig gibt es dort eine Visualisierung, die Sensorik wird angebunden, es gibt Kommunikationsformen, es gibt eben Auswertealgorithmen, auf den Endgeräten eine verschlüsselte Zwischenspeicherung, Therapiestati und es gibt das Programm beim Arzt, Kommunikationsmechanismen werden unterstützt, Videokonferenzen. Natürlich der Arzt muss die Therapieergebnisse dokumentieren. Es gibt auch dort eine Zwischenspeicherung auf dem Arzt-PC. Der Arzt hat einen Überblick über den Therapiestatus und kann auch die Therapie gestalten und planen. Und in der Serverinfrastruktur gibt es dann eben auch bestimmte Mechanismen. Hier natürlich die persistente Speicherung der Daten, bestimmte Auswertemechanismen, die Benutzerverwaltung, also wer hat Zugriff auf das System, das Identitäts- und Zugriffsmanagement und die Aushandlung der Kommunikation zwischen den einzelnen Klienten. Zum Schluss löse ich dann auf, wie wir für diese einzelnen Komponenten jeweils die Sicherheitsmechanismen dort eingezogen haben. Jetzt noch einmal zu den rechtlichen Rahmenbedingungen. Also man sieht, wir befinden uns in einem regulatorischen Umfeld. Und ja, es wollen viele mitreden, denke ich, was auch gut so ist. Natürlich hat der Bürger dann immer noch die Hoheit über seine Daten, die kann man ihm auch nicht nehmen. Und es beginnt dann ganz oben bei den Grundgesetzen der Datenschutz-Grundverordnung, die eben jetzt für uns auch ein großes Thema gerade ist, geht dann runter über das Bundesdatenschutzgesetz, über die Landeskrankenhausgesetze, zu einzelnen Spezialgesetzen wie das Telemediengesetz, aber auch zum Beispiel für den Betrieb von Produkten, das Produktsicherheitsgesetz und kann dann bis hin zu hausinternen Standards, bis zu den Betriebsvereinbarungen reichen. Und im Rahmen dieser Pyramide werden eben die Anforderungen immer diverser, die man in solche Systeme einziehen muss. Das noch einmal, ja, da gibt es immer diesen großen bunten Strauß, also was muss man alles berücksichtigen, da bekommt man dann erst einmal Angst, was ich als Systementwickler entwickeln muss. Das ist eben die Rechtmäßigkeit, die Zulässigkeit, darf ich diese Daten verarbeiten? Ich muss eben dokumentieren, dass ich nur diese Daten verarbeite, also die Transparenz muss ich gewährleisten. Ich muss gewährleisten, dass die Daten korrekt erhoben wurden, dass sie verfügbar sind, dass sie also richtig sind. Eben als Anforderung gibt es, dass ich nur die Daten erhebe, die ich auch erheben darf, im Sinne, also in eben Anschluss an die Zweckbindung, also eine Aggregation ist eben schon eine Weiterverarbeitung, die man dann im entsprechenden Fall auch wieder diskutieren muss mit den Datenschützern. Ich muss die Vertraulichkeit dieser Daten sichern und eben im medizinischen Umfeld, ganz wichtig, die Nachverfolgbarkeit, die Revisionssicherheit. Also da sehen Sie schon einmal, was Sie alles berücksichtigen müssen, wenn Sie ein Medizinsystem auf den Weg bringen. Und hier nochmal so überblicksartig eben, also wir haben auf das Unternehmen wirken die Gesetze, ja, also die Unternehmen müssen die IT-Sicherheit in ihren Geschäftsprozessen umsetzen und bei den Personen müssen wir eben sicherstellen, dass die Informationswerte, also die Daten, dort im Sinne der Bürgerinnen, des Bürgers erhoben und dort geschützt werden. Wie setzen Sie sich jetzt solche Anforderungen um? Als Unternehmen haben Sie die Pflicht einerseits, innenbestimmte Mechanismen aufzubauen und aber diese auch nach außen hin zu kommunizieren. Und also eben außen in Richtung des Nutzers. Und hier jetzt erstmal aus der Innenperspektive für das Unternehmen ist ganz klar, Sie müssen, wenn Sie das Projekt aufbauen, diese Anforderungen dokumentieren. Ja, also es gibt immer diese Dokumente dann, wo eben genau diese Datenflüsse beschrieben sind. Sie müssen einen Datenschutzbeauftragten benennen jetzt auch nach der neuen Datenschutzgrundverordnung, der eben diese Verfahren prüft, einsieht. Bei besonderen personenbezogenen Daten müssen Sie auch ein Verzeichnis für die Verarbeitungstätigkeit führen. Also wo in welchem System werden die Daten erfasst, gespeichert und wie verarbeitet. Sie haben auch die Anforderungen, wenn es eben besondere personenbezogenen Daten sind, eine Datenschutzfolgeabschätzung zu machen, also eine Bewertung Ihrer Daten, wie sicher die Daten sind und das eben auch wieder transparent machen im Sinne der Anforderungen. Wichtig auch, Ihre Mitarbeiter zu schulen, dass man gleich weiß als Mitarbeiter, ich muss auf Datenschutz, Datensicherheit Wert legen, auch in meinem Entwicklungsprozess und eben die Verfahren dann transparent machen, wie verarbeite ich die Daten zum Schluss. Ganz wichtig eben sind die technisch-organisatorischen Maßnahmen, die kennen Sie sicherlich auch aus dem einen oder anderen Projekt. Und ja, es gibt auch formalisierte Verfahren wie interne Audits. Nach außen eben, was Sie den Bürgerinnen und Bürgern darlegen müssen, ist eben die Datenschutzerklärung, also wie verarbeiten Sie die Daten. Sie brauchen eben auch im Medizinumfeld die Patienteneinwilligungserklärung, die sind dann immer von Studie zu Studie eben unterschiedlich. Sie müssen den Nutzer über seine Rechte aufklären, also die Rechte auf Widerruf, Löschung, Korrektur etc. und müssen auch die Prozesse darlegen, wie sie im Falle einer Datenschutzverletzung dann auch reagieren. Das sind alles neue Anforderungen jetzt auch, die seit Mai noch einmal verstärkt gelten. Ja, wie sind wir in den Projekten vorgegangen? Eigentlich haben wir Datenschutz immer als einen integrativen Prozess der Projekte gesehen und haben damit auch dieses Paradigma Security by Design unterstützt. Das heißt, wir haben früh die Anforderungen erfasst, haben sie eben auch immer als eine explizite Anforderung gesehen. Es war ganz klar, wenn wir diese Systeme in den Verkehr bringen wollen, dann müssen sie sicher sein und haben eben auch im Rahmen des Teams dann immer diese Themen diskutiert, in den Projekttreffen, haben auch an Schulungen dann teilgenommen und was wir immer machen, sind eben die Risikoanalysen und auch die Bedrohungsanalysen. Es gibt dafür auch ein Verfahren, den Security Development Life Cycle 2002 von Microsoft ins Leben gerufen und auch hier sieht man im Grunde genommen, dass entlang der Entwicklungsphasen, also von Initialisierung, Entwurf bis hin zum Betrieb, man parallel genau diese umfangreichen Maßnahmen unterstützen sollte, um eben das System quasi im Entwicklungsprozess sicher zu machen. Das sind also sehr umfangreiche Maßnahmen, jetzt wenn der Prozess voll gelebt wird. Es gibt aber auch einen minimalen Security Development Life Cycle. Ich würde sagen, wir machen in unseren Projekten mehr diesen Prozess, dass man zumindest eben die Schulung, die Risikoanalyse macht, die Vorgaben, also sichere Programmierung umsetzt und eben auch die Sicherheitstests durchführt. Bei einer Schutzbedarfsanalyse jetzt in den Projekten, also ganz konkret, wie sind wir dort vorgegangen? Das sind nur noch so vier Phasen, die wir durchlaufen. Also wenn wir die Projekte aufsetzen, dann schauen wir, mit welcher Sensorik arbeiten wir, welche Netze werden benötigt, benötigt, auch in Kliniken, mit welchen Netzen müssen wir uns dort verbinden und führen hier dann eine Risikoanalyse durch. Wir schätzen die Wichtigkeit und Wert der Daten ein. Wir bestimmen die Verfügbarkeit des Systems und bestimmen auch die Wahrscheinlichkeit zum Missbrauch der Daten und implementieren dann zum Schluss diese Sicherheitsmechanismen eben in Form, wie auf die Datenbanken zugegriffen wird, aber auch eben klar zählen dazu auch technische und organisatorische Maßnahmen, wie man Serverraume sichert. Und zum Schluss vor dem Betrieb, vor dem Ausrollen des Systems, dann werden die Sicherheitsmaßnahmen eben getestet. Für ein System, was wir jetzt seit mehreren Jahren betreiben, haben wir das auch gemacht. Ich will Ihnen einfach zeigen, auch letztendlich, wie strukturiert das ist, wenn man dort vorgeht. Wir haben uns hier an dem Standard 14971 orientiert. Das ist die Risikoanalyse für Medizinprodukte. Und es ist immer klar, man muss vorher eben einen Vergleich mit marktüblichen Produkten durchführen, aus klinischer Perspektive muss man bewerten, welches Risiko besitzt der Einsatz dieses Systems für Patienten, aber auch für Therapeuten und Ärzte. Was ist der Nutzen? Dann eben diese komponentenbasierte, also wirklich für jede einzelne Software- und Hardwarekomponente muss man diese Risikoanalyse durchführen, aber auch für Teilnehmer und Personal, auch therapeutische Risiken. Also was kann eine Fehlbehandlung zum Beispiel auslösen mit diesem System? Auch dort muss man die entsprechenden Gegenmaßnahmen formulieren, aber auch die Risiken einer Funktionsstörung, also wenn ein Server ausfällt, wenn ein Gerät zum Beispiel jetzt sich aufhängt. Wir mussten dann einen Risikomanagementplan erstellen, also wie reagieren wir auf diese Risiken, mögliche Wechselwirkungen, also zum Beispiel mit Medikamenten darlegen und letztendlich auch gegen Maßnahmen bei unerwünschten Wirkungen des Produkts und ganz zum Schluss in diesen Dokumenten dann immer eine zusammenfassende Risikonutzenabschätzung darlegen. Also das sind alles Pflichten, die Sie nach 14971 machen müssen, um Ihr System in den Verkehr zu bringen. Parallel dazu das Datenschutzkonzept. Auch hier mussten wir eben nochmal das System beschreiben. Da haben, also auf dieses Dokument haben dann die Datenschützer insbesondere Wert gelegt. Wir mussten die medizinische Zweckbestimmung, also auch dort wieder darlegen, eben welche Daten werden erhoben, was ist der Zweck dieser Daten. Wir mussten dann hier die Architektur des Gesamtsystems beschreiben, die Netzstruktur, Datenflüsse, Datensätze, also welche Daten werden wo erhoben, auf welchem Endgerät wohin transferiert, wo wieder gelesen und dann eben in einem Extrakapitel diese Datenschutzaspekte diskutieren und eben die entsprechenden Schutzmechanismen offenlegen und auch ganz zum Schluss eben ein bisschen mit CE-Zertifikaten sogar auch die einzelnen Komponenten transparent machen, die in den Systemen verbaut sind. Und ein weiteres Beispiel, um dieses System auch in einer Klinik einsetzen zu können, mussten wir eine Auftragsdatenverarbeitung, also einen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung schließen. Wir hatten also auch hier einen Prozess, eine Dokumentenstruktur, an der wir uns abarbeiten konnten. Wir mussten eben benennen, ja, wir waren die bearbeitende Stelle, die Klinik die verantwortliche Stelle. Wir mussten das Verfahren ganz transparent machen, mussten einschätzen, wie sensibel die Daten sind. Die Löschfristen, ganz wichtig, mussten wir vereinbaren. Die Zweckbestimmung wurde hier auch wieder beschrieben. Die Rechtsgrundlage, also ob es ein Forschungsprojekt war oder ob es ein Projekt des laufenden Betriebs in der Versorgung war. Die Personengruppen, also welche Therapeuten, welche Ärzte, welche Abteilungen, welche Personengruppen greifen auf die Daten zu arbeiten, wie damit, ob Datenweiterleitung intern, extern eben beabsichtigt ist. Und hier dann wieder die technisch-organisatorischen Maßnahmen mussten wir auch darlegen, eben, ja, wer hat Zugang, wie wird Weitergabe oder wer macht die Eingabe, wer greift zu, wer gibt sie weiter und letztendlich, wie wird das ganze Verfahren kontrolliert. Also diese, quasi diese Routinen müssen sie durchlaufen. Gut, wie haben wir das jetzt in dem System umgesetzt, hatte ich ja gesagt. Also letzten Endes haben Standardtechnologien bei uns bislang immer ausgereicht in unseren Projekten. Also wir haben eben IIS-Verschlüsselung im Backend, wir arbeiten mit Pseudonymen, wir haben ein differenziertes Rollen- und Zugriffsmanagement, das Login- und Passwort ist bei uns verschlüsselt. Für das Management der Netzinfrastruktur haben wir eben dezidierte Portfreigaben oder Proxys, die wir zur Anfrageweiterung einrichten. Beim Therapieprogramm für den Arzt haben wir auch eben bestimmte Mechanismen, das Zugriffsmanagement, Verschlüsselung und Zugriffsmanagement, hier die, die die Daten sichern. Und auch vielleicht hier nochmal auf dem Bereich der Sensorik, arbeiten wir eben nicht mit Standardprotokollen bislang, sondern eben eher mit Closed-Sourced-Protokollen, damit eben dort auch die Daten, zum Beispiel per Bluetooth, abhörsicher sind. Und die einzelnen Transportwege eben verschlüsseln wir mit HTTPS und machen die Daten nur für bestimmte Zeiträume zugreifbar, also mit sogenannten Session-IDs, sodass also der Kanal dann eben nur vielleicht für eine halbe Stunde offen ist. Gut, also zusammenfassend so aus den Projekten ist eigentlich für uns Datenschutz und Sicherheit, sage ich mal, bislang kein Problem gewesen. Also das ist die frohe Botschaft, die ich eigentlich gerne verbreiten möchte. Es ist ein klar strukturierter Prozess. Man muss ihn einfach durchlaufen. Es wollen viele mitreden, aber viele wollen auch, ja, so habe ich es erlebt, auch Gutes tun. Und man bekommt ihn zum Schluss auch immer in den Griff. Also man kommt in die Diskussion, bekommt man die Probleme immer ausgeräumt. Die frühe Analyse von Sicherheitsanforderungen hilft. Das definitiv. Es ist eine Aufgabe des Projektmanagements. Also ich mache jetzt seit, ja, acht Jahren eigentlich Anforderungsanalyse und eben diese Sicherheitsarchitekturen. Wusste ich auch erst nicht, als ich mit den Projekten gestartet bin, aber man wächst mit seinen Aufgaben und es ist auch wirklich so, jedes Projekt hat einen anderen Prozess. Also für die Datenschützer ist einfach wichtig, dass die einzelnen Daten irgendwo niedergeschrieben sind. Wir haben vielleicht auch gesehen in den Dokumenten, die sind dann auch zum Teil wieder redundant. Dann hätten sie, haben sie sie da gerne nochmal beschrieben. Aber es sind eigentlich immer die gleichen Daten, die die Datenschützer dort beschrieben haben wollen. Und sie müssen sie dort eben auch beschreiben. Ja, und eben dieses Vorgehen Security by Design hat sich aus unserer Sicht bewährt, eben das in den Prozess zu integrieren und, sage ich mal, wirklich zu leben und nicht als ein Blatt Papier zu sehen. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank. Gibt es zu dem Thema Fragen Ihrerseits? Das ist ein etwas trockenes Thema. Ja, wir machen das jetzt mal ein bisschen untrocken. Da habe ich nämlich eine Frage. Vielleicht haben Sie es mitgekriegt. Vivi hatten wir ja auch schon. Ist da direkt am ersten Tag in die Kritik geraten, weil sie wohl offensichtlich irgendeine Google-Komponente in ihrer App verwendet haben, die dann automatisch nach Hause telefoniert, also irgendwie IDs an irgendwelche amerikanischen Server schickt. Ich nehme an, dass es einfach nur Unwissenheit war, dass man halt sich so ein Google-Projekt zusammenbaut, dass man da alle möglichen Dinge irgendwie miterbt, von denen man vielleicht keine Ahnung hat. Aber gibt es hier in diesem Security by Design, gibt es da Möglichkeiten, auch solche Dinge frühzeitig abzufangen oder sich bewusst zu machen, auf was man alles noch prüfen müsste? Ja, also die Aufklärung der Mitarbeiter, quasi die Kompetenzen der Mitarbeiter sind eben sehr wichtig. Also wenn ich jetzt das nicht als Anforderung sehe, dann wird diese Komponente eben eingesetzt. Wir haben natürlich genau auch gepruft, wir arbeiten auch mit Android-Betriebssystemen in den Systemen und haben genau diese Fragen gestellt und geguckt, was macht die Komponente, die wir einsetzen? Und dann aber auch wieder diskutiert, okay, wenn wir jetzt bestimmte Push-Nachrichten eben über Google senden, was darf da drinstehen zum Beispiel? Und da dürfen dann eben keine therapierelevanten Nachrichten oder Daten drinstehen, sondern da darf einfach nur drinstehen, eine neue Nachricht liegt vor. Und dann muss man eben die App aufmachen und in der App steht dann eben das relevante Datum drin. Also man muss die Komponenten, die man einsetzt, ganz klar auf die Sicherheitsfunktion prüfen. Gut, gibt es aus Ihrer Sicht sonst noch Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, danke ich nochmal für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Verlauf des Tages. Vielen Dank. Vielen Dank.